Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen unfreiwilligen Abenteuer, auf das ich euch hier heute mitnehmen möchte. Ihr könnt es dann auch erahnen, die dicken grauen Wolken und vielleicht hört ihr es auch ein bisschen. Wir hatten hier die letzten Tage super schlechtes Wetter und viel Wind und viel Krach und mir ist ein etwas ungeschicktes Missgeschick passiert. Deswegen bin ich jetzt auch schon passend gekleidet bzw. eher entkleidet. Ich nehme euch jetzt mal mit hier von meinem Zuhause runter. Es ist immer ein bisschen abenteuerlich, vor allem wenn man ein Handy in der Hand hat, aber ich glaube ich kriege es hin. Die Frage ist, ob ich meine Mission jetzt hier auch vollenden kann. Mir ist nämlich bei diesem Boot hier ein Anglermesser ins Wasser gefallen, weil er versucht hier die Solarpanele freizuschneiden, die der Wind vom Dach gerissen hat in dem Sturm. Und mein Anglermesser, das liegt jetzt da 4 Meter, 4,50 Meter tief im Wasser und ich bin kein besonders guter Taucher. Vor allem nicht, wenn es kalt ist, aber ich versuch's mal. Taucherbrille habe ich, Schwimmflossen auch. Und was tut man nicht alles für sein Anglermesser, sein geliebtes. Was darf ich denn, wenn ich's nicht kriege? Wir probieren einfach. Sonst gehe ich. Geht's? Was ist das hier? Richtig kalt. Aber ich mache jetzt einfach. Ja, guck mal, ob du's siehst. Oh Gott, es ist so verdunkel. Und die Brille beschleigt aber. Ich gebe alles. Ich drück die Daumen, ich drück die Daumen. Pass auf beim Auftauchen. Und dann schau'n auf Fische. Ja, pass auf beim Auftauchen. Die Fische schwimmen schon weg. Ich sehe es, auf jeden Fall. Ich drück die Daumen. Ich drück die Daumen. Ich drück die Daumen. Ich drück die Daumen. Okay, Alter. Aber. Hier komm ich jetzt raus. Ja. Also. Ich versuch's mal. Okay. In jedem Fall muss ich, nachdem ich jetzt hier in dem Schmuddelwasser fahre, erstmal durchspielen. Ja. Und dann sehen wir uns morgen hoffentlich in alter Frische zu einem neuen Mathevideo wieder. Weil ich glaube, Mathevideos sind einfacher zu machen, als Tauchvideos, wo man irgendwie Wasser versinkt.